Moin Leute und herzlich willkommen zu krassen, klassen Buffs, die am 30. März bei uns in Europa live gehen werden mit den wöchentlichen Wartungsarbeiten. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass diese Änderungen sich noch ändern können, ja, also bis zum Mittwoch können sich da noch ein bisschen was ändern und sie werden dann die finalen Änderungen auch nochmal kurz vorher im Hotfixes Update nächste Woche auch veröffentlichen. Außerdem planen sie noch nicht OP-Specs aktuell zu nerven, weil sie noch mehr Daten sammeln wollen und sie wollen die Klassen, die jetzt richtig stark und krass sind, wollen die einfach nicht tot nerven und die wollen einfach die Leute früh genug informieren, wenn dann Nerfs reinkommen. Also, der unheilig Todesritter wird hier gebuff, 5% mehr Damage wird er ab Mittwoch machen, falls sich nichts mehr ändert, ja, kann sich alles noch ändern, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Dann der gute alte Feraltroide, die Katze, ja, Damage wurde erhöht um 3%, dann wurden, ähm, von 4 Fähigkeiten auch nochmal der Damage ordentlich erhöht, sodass der Feraltroide dann sehr viel stärker hoffentlich performt. Außerdem wird der BM-Hunter ebenfalls gebufft, also Tierherrschaftsjäger, ähm, Beastcleave macht jetzt reduzierten Schaden bei 8 Targets oder mehr, war vorher 5 Targets oder mehr, also ein Buff, alle Fähigkeiten wohl 3% mehr Schaden. Dann wird der Heal-Mönch gebufft, aber nicht seine Heilung, sondern sein Damage wird gebufft, das ist ganz komisch, aber ja, der Heilungs-Mönch, der Nebel-Wirkermönch wird dann wohl mehr Schaden machen, yay! Ebenso wird der Gesetzlosigkeitsschurke gebufft, aber ist nicht wirklich viel, würde ich sagen, aber ist wahrscheinlich ganz gut für, ähm, mehr AOE-Damage des Gesetzlosigkeitsschurken. Der Elementarschamane wird ebenfalls um 5% gebufft, sehr, sehr schön für die auf jeden Fall. Elementarschamane habe ich jetzt nicht so schlecht eigentlich, äh, gefunden, außer vielleicht im Raid, aber in M+, sind die doch voll nice. Ähm, Zerstörungshexenmeister wird auch um 5% gebufft, okay, sehr schön. Und der Schutzkrieger, der wird ebenfalls gebufft, aktuell ist ja der Schutzkrieger der schlechteste Tank, wahrscheinlich in M+, und auch im Raid, und das bewirkt hoffentlich, dass wieder ein paar mehr Leute den spielen, und vielleicht wieder sogar wieder Meta in M+, durch diese Buffs, man weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber sind auf jeden Fall schon ordentliche Buffs des Schutzkriegers. Ja, was hier nicht dabei ist, der Magier bleibt unverändert, und natürlich, wie gesagt, die, äh, OP-Specs, die bleiben auch erstmal unverändert, aber da wird wohl in Zukunft noch mehr auf uns zukommen. Aber ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Klassen-Buffs, die wir hier haben, für sehr viele unterschiedliche Klassen, die wohl anscheinend in Blizzard's Augen aktuell ein bisschen underperformen, und deswegen, äh, buffen sie sie. Ansonsten würde ich sagen, schreibt mir gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Bis zum nächsten Mal, haut da rein.